Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Also, ich bin bereit, ne? Ja, gut So, äh... Ton, läuft Kamera, läuft 10, 13, 5, 4 Tick 1 Ich hoffe, das stimmt Gut, äh... 12, 3... äh... 12, 4, ne? Ne, wir sind 12, 3 Wir sind auch bei Tag 2 Mhm 12, 3, take 2 Ne, gar nicht 12, 3, take 1 Mhm Noch mal Wir haben Zeit 12, 3, take 1 Okay Du darfst das machen, schlag die Klappe auf dich selbst Finde ich gut Äh... 10, 3, take 1 10, 3 10, 1 Also, Traum-Szene, welche das ist, steht im Schnittbericht Kathrin, beim Schnitt Färm Okay Ähm... das was da steht Take 1 14, 4, take 2 Pass auf Okay Aha Gut, 36, 5, take 3, sag ich nochmal zur Sicherheit Äh... Ich hatte schon... Ich hatte den Klappen Ich hatte den Klappen Ich hatte den Klappen Kannst du mal Klappen machen? Ja 36, 15, Klappe 1 Na, 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 na Verdammt Äh... mach mal 6 Uhr Ja Immer plus 1, ne? Ja, du... du hast es durchschaut Ich bin so stolz Okay Läuft denn die Kamera? Ja Ach was Der Ton auch Ich hab mit nichts anderem gerechnet 36, 5, take 6 Mit der Klappe kommt, mit der Klappe kommt Ist sie auch richtig beschriftet? Ja Juhu Ja Hat das professionell gelernt Läuft der Ton? Der Ton läuft Ja 15, 4, take 4 5, 1, take 2 8, 30, 3, take 1 Ja, 46 Läuft die Kamera Ja, die läuft und läuft und läuft 10, 15, 1, take 2 Okay Kamera Kamera sieht noch im Buschel Juhu Läuft 24, 1, take 3 und... Da fragst du nicht Und bitte Hopp, okay Das sah ein ganz besonderes Blick Okay, Kamera läuft Szene 13, 8a, take 4 Ich fang an mit Zähneputzen, ne? Szene 3, Punkt Zähneputzen, Gurgeln, dann mach einfach mal viel Ich mach jetzt... Ich mach mal komplette Blügel drauf Ja Auf viel Zeit aufhören Dann geh ich wieder raus Mach nie was Szene 3, Punkt 8, take 1 Kamera läuft 36, 7, take 2 Und bitte Und bitte Und bitte Jo, jetzt müsste halt noch jemanden Schärfe ziehen Richtig Ja, ist doch klar Ja, ich bin nicht so gut mit Matze, weil ich stehe Ähm Gut, also du kannst jetzt überlegen noch mehr so wie Vicky machen, so, weißt du? Also, so, so, so Das ist doch albern Also, du willst mehr so dann dieses... Mehr so nach oben Ich bastel dir dann auch ein kleines Glühlimpchen dran Ich bastel dir dann auch ein kleines Glühlimpchen dran Und dann kommen so Sterne Genau Okay, wir laufen schon Das ist alles einfach Quatsch hier Okay Ähm Und dann guckst du dich um Mensch, ein neuer Tag in deiner schönen Wohnung Die Sonne scheint, so ein Scheiß Äh Überlegst du Und dann erstmal... Also, diese ganzen Vorgänge macht das alles Das sind alles einzelne Stationen Aufwachen Und dann laufe ich, stehe ich auf Aber Um hier rausgehen zu lassen Ja, aber ich will auch... Ich will auch die Entscheidung Ich will... Du stehst... Du stehst... Du stehst... Du stehst... Du stehst... Du stehst... Richtig Du machst... Du... Du nimmst zwei Pilz Pass da jetzt auf, setz dich neben ihn neben Ahhhh Bock Also, du brauchst hier lieber länger als kürzer Wir können das eher raffen als... Äh... Zeit oder was Am besten du gehst zu diesen... Zu diesen Dates, ja? Übst du reden Mit Menschen reden Äh... Am besten du gehst zu so nem Speed Dating Was? 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 Hast du diese was kürzer? Ja! Nicht was, sondern ja Nichts was Ja! Hä? Ja! 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 Wunderbar! Dann wollte ich dir sagen, dass die Hysterie Wenn dein Tisch ein Hund ist, größer dann muss Die Ballern aber schön Das war dann alles gut Hat er auch nur einen Bogen Aber trotzdem, denk dran Dein Tisch ist ein Hund Das passiert eigentlich nicht Äh... Du hast gesagt, ich soll was zaubern Ja, aber... Nein, naja... Also... Oh mein Gott! Mein Tisch ist ein Stuhl Na ja... Bleib dran, bleib dran, bleib dran Du hast gesagt, ich soll was zaubern Ja, aber nein... Also, oh mein Gott! Mein Tisch ist ein Stuhl Äh... Mein Tisch ist ein Hund Okay, nochmal... Abzaubern, bitte Heilige Scheiße, was war das denn? Du hast gesagt, ich soll was zaubern Ja, aber nein, also... Oh mein Gott! Mein Tisch ist ein Hund Und das war's ja jetzt so. Okay, wir machen einen Cut. Ja, und ihn können wir doch rausretuschieren. Echt, jetzt sieht man die. Oh, süß! Der kann doch, glaube ich, nicht sitzen, ja. Er muss doch nur in die Position und irgendwie diese Blickrichtung. nicht, was hier los ist. Gut, und du guckst den Fernseher. So, du bist hypnotisiert. Jetzt der Hund. Okay, wir laufen weiter. Nicht aufsteigen, nicht aufsteigen, nicht aufsteigen. Das war der Lichtschalter. Okay. Ich rufe ihn mal. Nein, nicht daheim. Okay, cut, cut, cut. Hobbit, Hobbit, wir machen heute Videoabend mit Amelie. Äh, cut. Wie kann man denn jemanden aus Versehen einladen? Das erkläre ich dir später. Jetzt, komm, wir müssen Chips kaufen. Und Chili. Oh, scheiße, jetzt wollte ich extra sitzen bleiben, damit du nicht aufsteigen musst. Das ist kein Problem. Welt, sieh, das ist Hobbit. Ein abtrünniger Bastard. Jetzt halt mal einen Ball flach. Abtrünniger Bastard. Was ist denn das für eine Mittelalter-Sprache? Oh nein, jetzt habe ich auf Stopp gedrückt. Was ist denn das für eine Mittelalter-Sprache? Oh nein, super. Ich bin bereit. Mir liegt eine Lampe auf den Brüsten. Nein, 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 nein. Geh weg. Cut. Das geht nicht. Ich brauche was. Das geht nicht. Ich spritze mir die Kamera voll. Okay, nicht so wild. Ja. Das ist nur euer Gesicht, Ton und dann verreiben. Keine Ex. Das ist schon gut geworden. Jetzt guck mir nochmal an, Lenny. Das wird ein schöner Einweg. Was sagst du? Klein, klein Lenny. Ich muss das machen, da hast nicht mehr Make-up kaputt. Jetzt siehst du besser aus. Jetzt hast du nicht mehr... So. Nicht mehr überall was rotes, aber... Jetzt kommt. Gut. Komm gleich nochmal. Wasch mal nochmal seine Hand ab, dann. Äh, ach ja. Ja. Wo ist denn die Puppert? Wo ist denn die Puppert? Hier. Wo? Okay. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Macht euch alle schon bereit. Ja. Da hast du deinen großen Fehler begangen. Macht euch alle bereit? Denken jetzt nochmal und dann machen wir, wie wir das Herz hochhält und das runter drauf. Schön. Gib mir das alles nochmal. Dann gebe ich dir das in die Hand und dann hältst du es einfach nur hoch und das tropft halt dann massiv runter. Okay. Und das nehmen wir mit. Warte, du. Ich will erst hier die technischen, wertvollen Sachen nehmen. Es wird jetzt nichts mehr durch die Gegend spritzen. Mhm. Ja, wirklich. Also ich schleudere nicht mehr. Das gibt keinen Grund. Nee, nee. Du hältst es nur hoch. Du hältst es nur hoch. Weinst am liebsten, aber steh. Nimm dich hinein. Du tropfst. Ha! Geil. Das tue ich nicht. Doch. Tue ich doch nicht. Okay. Gut. Sind wir jetzt alle soweit? Ja. Halt das Ding zusammen, dass es nicht auseinander fällt und dann quetscht es so ein bisschen aus. Boop, 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 boop. Soll ich das, soll ich einfach wieder anmachen? Oh, ist das schön. Mhh, das riecht auch so gut. Gitter. Die Mischung ist schön. Das sieht schön aus. Oh, das riecht auch immer so gut. Ist das der Matschkopf oder was? Auswerben. Danke. Yummy. Es tut mir leid. Wirklich. Wow. Okay. Du machst den Mund auf, lässt es rauslaufen und sagst dann, es tut mir leid. Wirklich. Okay? Wir lachen auch nicht mehr. Danke aus. Wenn das mal nicht gut war. Das sah sehr schön aus. Das ist schön. Gut. Sag mal, wenn ich hier nicht so viel leer, siehst du das? Ja, klar. Ich habe meine Kamera, kann von da bis da gucken. Oh, ich habe auch Leute im Bild. Mensch, verrückt. Bin ich im Bild? Okay, wollen wir einfach, äh, den Tag machen? Nein. Einfach so und schuldig. So. Ton läuft. Ton ist aber noch im Bild. So. Ton läuft. Und zwar bitte aus dem Bild. Ich sehe dich nicht. Ist nicht im Bild. Oh, dann gehe ich aber auf die andere Seite, ne? Die Seite ist auch safe. Also da können auch Blogger hin und Leute sagen, wir brauchen einen hier, einen da. Ja. Ja, siehst du noch. Ich sehe dich noch. Oh man. Hoppla. Die Domo, Leute. Und bitte? Na guck mal, wer da ist. Cut! Genau, nicht so schön. Ja, genau. Mies die Sonne. Freut mich über die Frühling. Nö, nö. Guck ein bisschen hier zur Kamera. Die Richtung ist schön, dass wir dein Gesicht mal haben. Und langsam. Okay. Gut. Ähm, ja. Und bitte. Okay, Cut. Wir machen nur. Okay, und bitte. Was? Was? Du steckst fest. Das geht nicht mehr. Wir gehen nicht mehr raus. So. Ganz raus, Herr Bär. Geh ganz raus und ganz rein dann wieder. Okay, Hubertus, geh einmal rum. Geh einmal rum. Bleib. Hubertus, geh einmal rum. Können wir mal kurz, das bringt doch nichts, das jetzt mal rum. Schiss zu nehmen. Lass mal rollen, ne? Ja, das ist viel zu schnell. Scheiße. Kannst du ihn mit angezogener Handbremse rollen lassen? Geht nicht mehr so gut. Ja. Ich probier es aus. Hah, da fährt er nicht los. Das Glück der Welt kommt endlich mal zu mir Du warst schon ganz schön drauf Das hast mich doch, jetzt macht es aus uns wir Du bist übrigens zwei, 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 zwei Dann kommen wir zu den Seiten hinter ihm Und erst mal gehen wir einfach nur rhythmisch Und schnipsen zu albern Und grinsen dabei, voll geil Wir sind ganz vorne und wir gehen da hinter Wir gehen mit einer Reihe Ich bin glücklich, als wär's der Erste Das Glück der Welt kommt endlich mal zu mir Und los Ich dachte schon, es hast mich Doch jetzt macht es aus uns wir Nochmal gehen Cool, komm Als wär's der erste Tag In meinem Leben Und ich frag mich, wann ist so viel Perfektion Das hat richtig Spaß Ich möchte bitte noch ganz viele solche Fahrten machen Great Und dann wir fahren wieder, 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 wieder aus Denn ich bin glücklich, als wär's der erste Tag in meinem Leben Und ich frag mich, wann ist so viel Autos Ich bin neu und die Welt erschlagt in wunderschönem Licht Und wenn's ein Traum ist, bitte, bitte, bitte weck mich nicht Und ich bin glücklich, als wär's der erste Tag in meinem Leben Und ich frag mich, wann es so viel Perfektion tatsächlich gibt Ich bin neu und die Welt erschlagt in wunderschönem Licht Und wenn's ein Traum ist, bitte, bitte, bitte weck mich nicht Ja, eine Minute mal warten, Fräulein 36, 10 Take Das geht jetzt nicht Und dann kommt auch eins Abbruch Und ich bin glücklich, als wär's der erste Tag in meinem Leben Auto Durchlassen, das ist ein Mercedes, der hält nicht Das hab ich vorhin gelernt, bei der Musical-Szene Audis halten aber auch nicht Ne, je größer das Auto, desto weniger die Bereitschaft zu halten Auto Auto, weg Abbruch, Abbruch, Abbruch Oh, da kommt ein Auto Wo kommt ein Auto? Da kommt jetzt kein Auto Nein Hubertus ist fast hier Das Auto kann kurz warten Und ich bin glücklich, als wär's der erste Tag in meinem Leben Und ich frag mich, kann es so viel Perfektion tatsächlich geben Ich bin neu und die Welt erschlagt in wunderschönem Licht Und wenn's ein Traum ist, bitte, bitte, bitte weck mich nicht Ich bin glücklich, als wär's der erste Tag in meinem Leben Und ich frag mich, kann es so viel Perfektion tatsächlich geben Ich bin neu und die Welt erschlagt in wunderschönem Licht Und wenn's ein Traum ist, bitte, 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 weck mich nicht Und wenn's ein Traum ist, bitte, 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 weck mich nicht Das ist halt ein Penner, ne? Der sitzt halt da Das hysterische Vibe Ja, genau das Okay Nee, nee, ich werde gleich den Vielen Dank Es gibt zwei Und bitte Okay, wo fangen wir an? Von Anfang an die Szene 14? Nein, wir machen nicht von Anfang an die Szene 14 Sonst komm, lass ihn doch reinkommen ins Bild Dann hat er den Entschuldigung Ja, okay Gut Wir lassen laufen Wird nochmal schön gemacht Genau Nein, 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 nur Alex Okay, Alex nochmal aus dem Bild raus Und Bitte Wie geht's dir denn heute? So, bist du mit Harry? Nein, nein, wir wissen heute schon Ja Ja 28,1, take 1 Wenn ihr fertig mit Kuscheln seid, dann fängt nochmal an Was, wir müssen kuscheln? Nein Nein Und bitte Nein Was ist los? Der Hund Und Aber es ist eben aber auch schwierig Einfach jetzt immer unbedingt so zufällig Einen so tollen Typen kennenzulernen Und dann geht man halt eben zu solchen Verzweiflungsveranstaltungen wie hier Und Dann geht man halt eben zu solchen Veranstaltungen wie hier Ja, meine Güte Ja, nicht schlimm Danke auch Ich würde sagen, wir lassen es dabei Wir können uns das mal auf dem Bonito angucken Oder soll ich so ein bisschen so rumtrauen Und so ein bisschen Dann auch die anderen beiden Nein, das sollst du nicht machen, Roberto Gut, das sieht albern aus Das sieht nicht aus, als würdest du gehen Das ist schon albern jetzt, ne? Ich habe zwei in der Hand Janina auch Ja, ich weiß Und es wird geheime Achso, ah Sind zusammen sechs Ach, dann kann ich ja gucken Das ist vorhin Ah, Mensch Komm, wir machen mal Laola hier Ja, wow Das ist schon schön hier Wenn du das ein bisschen reinhältst So Und das Das klingt ein bisschen ab Das ist doch geil So, jetzt sagen wir mal ein, dass das nicht gruselig aussieht Unglaublich Ich würde mich Ich habe auch Angst Ja, ich auch Gut, dann go Das ist doch wohl geil Und bitte Ich kriege einfach keine Angst Okay Wir sind da Ja, danke Ah, da kommt ein Galoppant Was kommt da? Oh, ein Pferd Da kommt der Prinz auf dem weißen Pferd Da könnte ich ja eigentlich kommen können, ne? Von oben, so ein Pferd Du wirst es nicht verstehen Du kannst doch nicht den Hund erschrecken beim Sterben Danke Also spielerisch war das jetzt perfekt So hätte ich es gerne genauso nochmal Jetzt Ich würde mich richtig werken Ich würde mir richtig die bösen Sprecher rein Hallo, ich hoffe immer, dass du möglichst gut aussiehst Und ich muss mir sowas anhören Die sind alle schön, da Ich muss mir so viel Mühe dabei geben Aber, ähm, aber nicht an den entscheidenden Stellen Also, mach mal okay mit Einschränken Das ist schon viel So schlimm 16, 3, take 3 Ja, bitte, ne? Ja, und bitte 27 Gerückelt Gerückelt Hallo Hallo Hallo, können Sie bitte ein bisschen meine Gäste Er kann nicht lächeln Siehst du das hier noch? Nee, ne? Nee, nee Du kannst, also wenn das jemand da hilft Jetzt siehst du aus wie Kate Winslet Ich bin Kate Winslet Lars, kannst du das? Also, ich möchte, dass ich die schöne Kassiererin vom Supermarkt nicht verliebt Also ich möchte, dass ich die schöne Kassiererin vom Supermarkt nicht verliebt Was? Was? Kannst du uns da eine Augenlade oder auch eine Schriftlechte? Ein bisschen Oh, Baby Ja, soll ich unbedingt machen, ist viel besser Hau dir eine rein Mach die scheiß Kamera aus Verpiss dich, Junge Verpiss dich